Oh, das ist die Druckplatte, haben wir auch gerade ganz umsonst gelegt. Oh, das ist die Druckplatte. So, dann mal Holzfußboden, Parkett reinlegen, was man heute zur Zeit alles immer selber machen. Ja, schmeiß weg. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Wird schon Abend. So, dann kann ich nicht sehen, es ist so dunkel hier drin. Einfach mal wild durch die Gegend klicken. Würfel zum Thema wild durch die Gegend klicken und es wird nicht reichen. Weißt du was, das ist mir jetzt auch egal. Ist mir jetzt egal. Dann nehmen wir lieber Tatelle. Ich weiß, das sieht jetzt aus wie hingekackt, aber... Das wäre bei dunklem Holz. Das wäre wahrscheinlich auch gleich noch verwenden, wenn wir es werden müssen. Ich weiß nicht, dass der Ofen an der Wand festgezackert ist. Dann machen wir mal das Schokoholz. So, die Fackeln... Gehen wir gleich noch Bäume anpflanzen, würde ich sagen. Mal gucken, wieso keine Türen, keine... So, da hat er sich einfach mal das Programm gedacht. Komm, beende ich mal die Playlist. So, Raumtrennung können wir eigentlich auch gleich mal machen. Wir versenden das. Nehmen wir mal das nächste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Das heißt, 4 auf der Seite. Ne. Quatsch. Stimmt gar nicht. Ähm... Ähm... 1, 2, 3... Hm... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Bäm, ist der wieder weg. So. So wird ein Schuh draus. So. Und schon ein Schlafzimmer. Ja, wird hier ein Schlafzimmer draus. So. Eisen ist auch schon fertig. Das ist super. Aber dann. Machen wir uns. Ein paar. Eine Schere. Und da wir ja so viele. Schafe gesehen hatten. Das heißt gesehen. Die waren ja auf unserem Dach drauf. Oh. Ist das Vollmond? Passt ja auch zur Musik. Ist ja super. Braucht man doch gar keine Angst. Ne, ich mach den Monster jetzt nicht an. Obwohl. Obwohl. Wir haben ein Haus. Wir haben Eisen. Na komm. Wo ist das weiße Holz? Und wenn wir sterben, ist ja auch nicht schlimm. Einfach. Oh Mann. Und es regnet. Das ist ja super. Hm. Ich würde mal sagen. Kackwetter, ne? Nein. Das ist ja gar kein Gewitter. Scheiße. Scheiße. Ach ne. Ach ne. Das ist ja super. Warum machst du das? Schnauze! Hör auf damit! Und nen Name! Super! Ach da, ein Skelett! Und nen Zombie und überall! Ach super! Für bloß noch nen Creeper! Ey! Runter da! Ey! Brauchst gar nicht so zu gucken! Ich sagte runter da! Los! Weg da! Hau ab! Hau ab! Jetzt bloß nicht, dass der mich runter schießt! Das wäre ja auch nicht wirklich fair! Schön! Ach nein! Hau bloß ab, du! Ich will nicht kuscheln! Tschüß! Tschüß! Scheiße! Du fehlst mir ja noch, ne? In meiner Sammlung! Habe ich die Tür offen gelassen? Nee! Ach das ist ja super! Ach scheiße! Du fehlst mir! 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 Hilfe! So hoch können sie nicht mehr! Höchstens von den Bäumen! Zuck! Zuck! Hat ja echt super begonnen hier mit Monstern! Super. Ich wollte eigentlich nur ein paar Schafe suchen gehen und dann Wolle holen und dann schlafen gehen. Aber so ist das natürlich super. Das macht richtig viel Spaß. Sag mal, hört ihr das eigentlich? Das hier? Was ist das? Das hier ist schon ein paar Schafe. ich seh nix mehr was sind denn die? ach da da sind ein paar Alter der Regen ist so laut ich höre die Musik gar nicht mehr einfach mal 10 Minuten gar nix tun das ist ja auch mal geht da hinten die Sonne auf? ja da hinten geht die Sonne auf und da sagt ein Creeper guten Tag mein Freund komm ich dir da mal weg? da kommt schon so ne na los ich will dich sehen na los ist ja der Mond gar nicht aber egal so hier ist ja